Hallo, mein Name ist Tim. Ich bin Gregi. Sie wollten schon immer mal wissen, wie der Alltag im Rettungsdienst vom Spital Immertal aussieht? Da kommt doch mit und wir geben euch einen kurzen Einblick. Morgens zu Schichtbeginn melden wir uns als erstes bei der Einsatzzeitzentrale an und können dann ab sofort jederzeit für einen Einsatz alarmiert werden. Beim morgendlichen Check achten wir darauf, dass das ganze Material vollständig ist. Wir achten auf die Sauberkeit des Materials und darauf, dass alle Geräte einsatzklar sind und später im Einsatz voll und ganz auf den Patienten konzentrieren zu können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach dem Einsatz ist Formeinsatz das Material, das wir gebraucht haben, werden wir immer wieder auffüllen, dass wir wieder bereit sind für den Spielsatz. Musik 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 Musik